Hallo zusammen, ich bin Lorin. Ich mache die Lehre als Karosserielackierer bei den Autografen. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und heute möchte ich euch meinen Berufsalltag zeigen. Das Coole an meinem Beruf ist, dass man am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat. Zum Beispiel, wenn ein Auto einen Schaden hatte, geht es wieder wie neu zum Kunden zurück. Mein Tipp als Schüler ist, geht viel schnuppern, damit ihr euch sicher seid, welcher Beruf das zu euch passt. Ihr werdet nachher zwei bis vier Jahre auf diesem Beruf arbeiten. So, ich habe euch jetzt gezeigt, wie es bei uns läuft. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr euer Karosserielackierer bewerben. Tschau zusammen!